Hallo Leute, heute spielen wir ein Spiel, ja Leute, es ist ein geiles Spiel, Leute, heute mache ich ein geiles Video, und zwar ich habe einen neuen Kanal, weil man, ich habe zwei Kanäle, also mein altes blockiert, leider, also mein altes, und hier kommen nur Gaming-Videos und so, ja mit Curio Quest, Lab Sword, verschiedene Sachen, Leute, Leute, wir starten jetzt mit dem Game, okay, vier Geschenke, okay, wir haben hier ein paar Sachen bekommen, okay, das ist schon das erste Top, vier Geschenke, okay, das ist gut, okay, Leute, suchen wir jetzt das, oh ja, okay, wir haben schon viele Sachen, so, das brauchen wir auch, yay, fünf Blitzer, das ist mein Lieblings, boah, ich muss ganz viele sammeln, oh my god, herrischui, aber ich glaube, das war 400, egal, okay, Leute, ich habe hier noch eins, okay, 30 Quants sind auch viel, aber egal, so, Leute, so, Leute, oh ja, okay, Leute, wir haben ein paar Geschenke, okay, das sind andere Spiele, nein, ich will das nicht, ich will, ja, ne, ich will das nicht, okay, haben wir noch etwas sehr Wichtiges vergessen, Leute, okay, okay, Leute, wir spielen jetzt, okay, Leute, wir kriegen nachher so eine Box, okay, also, wir brauchen hier Game Time, okay, man hat 30 Sekunden, bis man sehr bereit ist, ja, Leute, man kann sich hier eine auswählen, nein, die wähle ich mir nicht aus, ja, diese sieht geil aus, aber nein, ich habe nur 400, wow, nein, nein, oh my god, nein, aber die kann ich nicht immer eigentlich, oh, guck mal, und da hat auch eine, nein, ich habe mir die falsch ausgewählt, aber ich wollte es dann ein anderer auswählen, okay, das, okay, was soll ich auswählen, oh, ich wollte das untere auswählen, aber egal, oh, 20 Prozent, geil, okay, Nicht in dem. Okay, hér byrgðum. O, o, o. Ich bin Jonas. Ja, ja, ja. Oh, ekkert brak meg meir! Ich brauche mehr, ich brauche mehr, ich brauche mehr. Okay, die sind eigentlich zu nicht explodieren. Jakob, ihr müsst zerstören, zerstören. Okay, es war ein Fehler, nein! Okay, der hat mich schon ein bisschen auseinandergenommen. Aber, Leute? Wir lieben Leute. Das fühlt sich gut. Ich fühle sich gut rein. Hier. Und was sieht, wie das andere aus, Leute? Ja. Oh, die haben zwei. Oh, drei in so einer kleinen Beine. Okay. Aber die müssen eigentlich gewinnen. So. Bam! Bam! Okay. Okay. Okay, das geht jetzt nicht schneller. Oh, nein! Nein! Rennmann! Ein Tag. Man kann nicht schnell rennen, Leute. Boah, man kann auch nicht den Internet spielen. Cool ist das. Wenn man das auch macht. Boah, ich habe nicht mehr die Wasche ausgewählt. Ah. Oh, hier ist einer. Oh, hier ist einer. und dann in die Behörden. ung. Job. Und das ist einer. Aber. Dann hat sie gar nicht mehr auf eine Schule. turns? Oh, ja. Das ist gut so gut. Oh, oh. Anféu. W macht sie es dir? PUTICH! ja ich hab die goldie gehabt komm her nein oh ich hab die alle auseinandergenommen nein oh der hat mir fast auseinandergenommen ok wir haben schon ein bisschen du kannst ja gar nichts abnehmen 104 ist gut das ganze ist bei den game check das ab Leute check das ab so das sind schon wieder dort kriegt man einfach ganz viel so eine Schuhe ihr könnt nur sagen die Beine mal eine die Beine ich hab immer eine Schuhe sind ein ein sie Okay, überfühl. Oh, die sieht komplett geil aus. Boah, die haben sie. Okay, Leute, das brauchen wir eigentlich nicht. Oh, nein. Diesen. Ja. Dier, drei. Okay, wir haben schon viel gekriegt. Sieben Leben, Leute, Alter. Wir haben dreimal und wir haben vierte. Bam, bam, bam. Oh ja, ich muss schneller. Boah, ich habe gedacht, das ist besser. Oh, guck mal, wie blau es aussieht. Oh, ich habe hier die Karte geguckt. Okay, hier ist die Karte. Alter, warum gibt es ihnen halt gleich? Oh, ich habe das gleiche. Da, da, baum. Oh, das ist los. Wow, Alter, gut. Ey, das ist nicht vergessen. Oh, ich habe das gewonnen. Oh, ich habe das gewonnen. Oh, ich habe das gewonnen. Es war ein Team in Ruhe, okay? Boah, nein, Mann. Okay, aber der Rekal haben viel geschafft. Oh, ich habe das gewonnen. Und dann haben wir diese ... Oh, das ist einfach die Achterleben. Okay, wir brauchen mehr. Komm, Schnee! Komm, mach Schnee! Okay, ich hatte den meisten. Ich bin nicht so oft. Boah, die bringt auch sehr viele Sachen. Okay, wir brauchen jetzt viele Sachen. Ja, guck mal, wie ich gewonnen habe. Ja, guck mal. Ja, guck mal. Ja, guck mal. Ratet mal in den Kommentaren, ob ihr das Spiel kennt. Ja, guck mal. Ja, guck mal. Ja, guck mal. Ja, guck mal. Ja, guck mal, komm. Oh, wir sind auf die neunte. Wir müssen zehn werden. Gucken, zehn. Er ist zehn. Ja, guck mal. Ja, guck mal. Ja, guck mal. Ja, guck mal. Niemand ist gleich. Keine Ahnung, warum. Aber trotzdem gewinnt ihr. Bye, bye. Spaß. das ist ein team die blauen guten mit seinem team und die schlechten sind die schlechten ich habe schon gewonnen so viel kommt ok leute man kann ja liken so und kann liken mit daumen hoch so leute ok wir haben hier noch paar sachen ja 30 sterne ich habe mich nicht gesehen oh ja 100 blitzers was brauchen wir das war mein lieblings blitzer auch ein puzzle teil die diese diese will ich das mein lieblings so leute man hat auch hier paar sachen die können wir nehmen ja 100 blitzers ok wir müssen die fünfte lebenswahl gewinnen ja leute haben wir noch paar sachen hier das reicht so ich habe kein oder hier noch eins für ein geschenk wo sind was die geschenke ok 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 spülen wir weiter obat gut geht was anderes mit dem gegen jetzt wähle ich für eine bessere person aus wo mehr guter ist und die ander ok leute ich weiß nicht was ich also nehmen sollen diese sieht geil aus ist ja ein bisschen klein, aber trotzdem sieht die geiler, die wollte ich so gerne nehmen, aber die ist mit einem Flugzeug, die können wir auch benutzen nachher, okay Leute benutzen wir die stärkste, so mit noch paar Sachen, mit dieser, okay wir haben paar Sekunden, okay das brauchen wir perfekt, so welcher ist besser, diese nehme ich, ja, okay cool mit einer geiler, okay machen wir halt hier paar Sachen zum spielen, wo die ist 20% geil, wo die andere sehen manchmal geiler aus, Leute, wenn ihr noch ein Teil sehen möchtet, dann gibt es, äh, Leute, zwei Likes, dann kommt die Nächte, Leute, ich spiele noch eine Runde, ja, ich will nicht so eine lange Video-Arbeit, ich habe hier einen Platz, kann ich hier brauchen, aber ich habe nur ein Leben, auch hier ist eine, hey, die kommen hier alleine, was komme ich, muss gewinnen machen, Alter, ich bin der Erste, wo kämpft, geil, ja, gewinnt, okay, ähm, spielen jetzt, wenn wir nach vielleicht, aber egal, ja, das brauchen wir schnell, komm schnell hin, das brauchen wir nicht kommen, jetzt, dann können wir gewinnen, okay, ich muss das einschalten, oh, ha, 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 guck, das ist geiler, oh, nein, nein, okay, nicht so eine gute Idee, okay, Leute, man kann sich einfach fühlen, so, Leute, okay, ich muss mich defend, oh, wir brauchen, wir brauchen noch ein paar kleine Jens, oh, da braucht noch eine, aber regal, oh, ich muss sagen, ich bin dort bleiben, dann hat das Geld erpastet, aber regal, bitte, jetzt ist es, Oh, hier ist ihm, Alter, das ist die gleiche. Ich weiß nicht, warum die immer bei der gleichen Leber sind. Oh, diese sieht. Guck mal, wie groß das aussieht. Schon wieder diese gleiche Igel wie vorher. Okay. Okay. Woaw. Woa, wo, wo, wo. Okay. Alter, Alter, okay. Sieg, aber sieg, sieg, wenn ich sie mache. Aber egal. Ich denke, wir können mit Gipsen machen. Oh, nein, Alter. Okay, Leute. Okay, wir suchen noch eine und gewinnen ihn dann. Okay, hier ist noch eine. Ich weiß nicht, warum die immer gleich ist. Hier ist noch eine. Bam, bam. Okay, Leute, man hat hier einen geilen Plus. Oder Plus. Okay, wir feln das abnimmt. Okay, wir müssen noch eine. Okay, wir sind noch eine. Hä? Die sind überall. Okay, Leute. Das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Und Leute, wie gesagt, bei zwei Likes mache ich ein geileres Spiel. Und Leute, abonniert meine zwei Kanäle. Folgt mir, ich bin im TikTok. Mein erster Kanal bei TikTok ist Federico348 und mein zweiter ist Federico Ebenach201 bei TikTok, Leute. Abonniert mir. Ich habe zwei Kanäle. Das ist mein neuer Kanal. Heißt FedericoGamer. Und Leute, mein erster Kanal ist Federico Ebenach55 bei YouTube. So, Leute, ihr könnt auch bei TikTok bei meinem erster Kanal Federico Ebenach55 schreiben. Da kommt auch mein Kanal raus. Und bei meiner Seite nur Federico Ebenach201. Das reicht. Also er hat nicht viel. Egal, Leute. Man kann beides schreiben. Federico388 und Federico Ebenach55. Da kommt mein erster Kanal raus. Und bei meiner Seite hat sie nur eine Federico Ebenach201. Ja, Leute, das war's. Leute, gebt euch in diesem Video zwei Likes. Dann mach ich den nächsten geiler, ne? Leute, wenn ich euch in diesem Video gefallen hat, schreibt in den Kommentaren Hashtag Glocke aktiv, damit wir sehen, dass ihr die Glocke aktiviert habt. Und Leute, dann will ich sagen, bis zum nächsten Video und tschüss!